Waller, Leute, wir bauen jetzt hier einen riesigen Wasserpark. Ich schwöre, auch mit Achterbahn, alles. Reefed. Ich will unbedingt heute mit hier weiter die Stunden der Zweisamkeit auf aggressive Art und Weise genießen können. Alter, geil, Alter. So, wir sind wieder hier bei uns bei unserem wunderschönen Haus und Reefed, Alter. Toni, Junge. Boah, ist das Schöne mit den Fackeln. Ey, not bad, Homie. Geil eigentlich. Voll schön, was sie hier gemacht hat. Krass. Das ist echt nice. Sehr schön. Sehr, sehr geil, Mann. Sehr, sehr geil. Geh mal ans Wasser links. Boah. Alter. Da bin ich aber jetzt. Ist hier ein Konduit auch noch? Oh, die ganzen Fischis. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. Antonia. Alter, das ist ja mal richtig krass. Sie hat mich ja mal richtig übertrieben hier überrascht, Leute. Leute. Da ist mein Minecraft Girlfriend aber mal Top Lodge gegangen hier an der Stelle. Uff, uff, uff. Nice, Mann. Da wird er mir mal reingefasht, Leute, heute. Da wird er mir mal richtig geil reingebumpft. Hallo. Hör auf. Mann, mein dummer Hund frisst die ganze Zeit meine Kabel, Alter. Der ist so dumm, Alter. Der ist so dumm, der Hund, Alter. Der meint einfach nur gut. Alter, der ist Kabel. Ist der dumm oder was, Alter? Nein, nein, nein. Alter, so dumm, ey. Lass den Hund. Antonia, das hast du sehr schön hier gemacht, Mann. Ja, ich weiß, ich hab, ja. Hier ist ein Konduit. Wo hast du das hingetan? Ich seh das nicht. Im Wasser ist ein Konduit. Bin ich dumm? Ich find's nicht. Irgendwie gefällt dir das, was wir da gebaut haben. Sehr schön. Ich find's super. Ich find's einfach romantisch, Leute. Ich will heute eine riesen Wasserrutsche bauen. Okay. Ich hab richtig Bock, so eine übergeile Wasserrutsche zu bauen. So eine riesige Wasserrutsche. Meh, Looping macht keinen Sinn, ne? Ne. Ich muss dir noch was zeigen. So, wir machen nochmal ganz kurz hier ein bisschen Lichty rein. Damit ihr auch leuchtig Lichty macht. Damit ihr schön helly ist, Leute, ne? Helly, helly. Helly, berry. Ja, Antonia, ich will wahnsinnig geile Waterslide bauen, euer. Mit der wir so richtig schön geil wegslurpen können. Ich hab auch was richtig geiles gebaut. Komm jetzt mal her. Ja, Sekunde, ich muss ein Lichty machen. Noch ein, zwei Lichtys, okay? Okay, okay. Lampis. Geile Lämpchen. Hier noch eine Lampe. Ey, jetzt hast du die eine weggebackt, raus hier. Alter, von meinem Haus runter. Entschuldigung, Alter, wenn das so weitergeht, ja? So möchte ich mich nicht baden lassen. Tut mir leid, ich... Hey, hey, hey. Ich wurde zweimal geschlagen schon. Hey, wo bist du? Hier draußen, weit weg von dir. Nein, komm her. Nein, komm her. Aus der Reichweite deiner schlagenden Hände. So, tut mir leid. Hier, das wollte ich dir nur zu kurz zeigen. Deshalb bist du jetzt zusammen, wegen meinem geilen Knack... Nice. So, zeig mir deine geile Grotte. Grotte. Zeig mir deine geile feuchte Grotte, Alter. Komm mit, wir gehen jetzt in die Grotte. Ja, rein da in die, Olga. Hier unten ist mein Ding, ne? Hier ist das Konduit. Alter, Konduit. Komm mit. Hier ist die geile Grotte. Wird hier drin geballt. Wenn man das möchte. Alter. Alter, ich kann nicht aus Bett, ich tu mir einen Kopf stoßen. Ja, das gehört dazu. Das ist die schönste Überraschung von meinem Minecraft Girlfriend, Alter. Wir bauen einen riesigen Wasserpark, okay? Wir gehen bei irgendeinem einfach klauen. Bei wem? Eis klauen. Ne, nicht Eis. Wir brauchen, äh, Eis brauchen wir. Ah, gut, okay. Wo gehen wir hin, Bro? Das ist ja erst mal Eis holen, oder? Da fliegt du vor. Dann holen wir jetzt Eis, packt Eis. Back in town, Leute. Wir sind zu Hause. Alter, gib doch Gravel jetzt. Game. Komm, wir gehen einfach bei G-Time klauen. Ganz ehrlich, was juckt's mich, Alter? Ich hole uns ein bisschen packt Eis. Oh, das war fiel. Vier. Oh, der baut jetzt hier so ein Sicherheitssystem, so mit Tresortür ein auf den. Mir egal, Alter. Der Lager ist immer offen für mich, hast du gesagt. Machen wir auch den Eisweg ab im Nether. Im Eisweg, äh, 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 äh. Entschuldigen Sie, Alter. Chill mal, Alter, das hast du genommen. Gar nichts, Mann. Ich hab einfach Bock auf Wasserrutsche bauen, Mann. Wir haben noch eine halbe Stunde Zeit, schnell. Wir müssen Wasserrutsche bauen. Ich muss gleich wieder los. Halbe Stunde. Gleich noch Community-Event. Schnell, Alter. Halbe Stunde. Alter, rieeeeft. Muss es packt Eis sein, dann kann es auch dieses andere Eis sein. Diese andere Eis auch, Taman-Brüder. So, dann lass mal eine geile Rutschi bauen. Warst du schon mal in einem Wasserrutschenpark? Einmal, tatsächlich. Kennst du diesen unangenehmen Moment, wenn dir jemand in den Rücken reinrutscht? Oh, das ist... Und das ist einfach dein Onkel und er ist nackt und... Ich glaub, dieses Red Bull macht mich so aufgedreht. Könnte sein. Belebt Geist und Körper. Alter, ich spür's. Ich wollte gerade Werbung für meinen Twitch-Kanal machen. Darf ich kurz? Oh mein Gott, ja, mach. Folgt mir gerne auf Twitch, Leute. Da ist so ein kleines Herz. Das könnt ihr links neben dem Bildschirm drücken. Und dann fehlen nur noch 60.000, bis wir Gronkh überholt haben. Ehrlich? Was natürlich insane wäre. Dann sind wir Platz 3. Der weltweit in Deutschland gefollowedten Meister. Weltweit in Deutschland gefollowed Meister. So hat Twitch diese Kategorie benannt. Find auch ein bisschen random den Namen, aber das muss der Twitch selber wissen. Deshalb einfach mal reinfolgen. Stell dir einfach keine Fragen, okay? Okay. Du kannst gerne mir jede Frage stellen. Okay. Kann ich dir auch Fragen stellen, ob ich dir Fragen stellen darf? Das ist dann eine Frage der Fragestellung. Ah. Ah. Hier ist doch perfekt, Leute. Hier fängt die Rutsche an. Die geht vom Berg aus rein in die Olga. Aber es wird nur so eine Rutsche. Mega Rutsche. Jumbo Schreiner soll die später testen. Oder so ein Affe von Galileo soll kommen und die Rutsche testen. Der große Galileo Rutschen. Hör auf. Wir haben schon zehnmal gesehen, wie Funda-Fandora in die Rutsche runterrutscht. Aber wir kriegen nicht genug in Deutschland. Wir kriegen nicht genug. Sch***. Konsum-Gesellschaft. Es kann nie genügend Galileo Rutschentests geben. Ich würde wirklich gerne für Galileo Rutschentests, bin ich ehrlich, Leute. Ich würde meinen Job jetzt hier und jetzt kündigen, wenn ich für Galileos, für Galileos, oder? Für mehrere. Nicht nur für einen Galileo, sondern für mehrere Rutschentests würde. Denkst du auch mal an die Kinder? Alter, ich denke nur an Kinder. Ich glaube ja, Revi. No Oli an der Stelle. Ich habe mal eine Eisen-Shirt, wenn ihr der Meinung seid, der Revi denkt einfach nicht an die Kinder. Hey, no Oli an der Stelle, ja? Oh nein! Mein Gott, ey! Das sind keine Arbeitsbedingungen hier. Das ist nicht sicher. Bin ich mir sicher, dass es nicht sicher ist hier? Du kannst schon mal das Eis drauf machen, Bruder. Ich meine, Ehefrau, Schatz. Ehefrau, Schatz, Dame. Sweet home and a bad. Achso, da, okay. Boah, ich glaube, die Rutsche wird richtig reinschallern, oder? Wird schön. Wir brauchen noch mehr Concrete, mein bezauberndes Mäuschen, mein Häschen. Kannst du Lapis craften zu Light Blue Concrete und dann... Ah, Concrete, ich habe Farbe jetzt. Ja, ja, die Farbe brauchen wir auch, aber auch den Concrete. Okay. Sonst kriegen wir hier Ärger mit TÜV. Wo und Reef ist eigentlich auch Madeira? Nein, hat sie verlassen müssen, da sie dort einen Mann umgebracht hat. Wegen der, weil die Polizei mich einfach gesucht hat. Achso, du hast den Mann umgebracht, weil die Polizei dich gesucht hat, oder wieso? Nein, nein. Dann hat die Polizei mich danach gesucht. Ah, ja. Und dann habe ich nochmal einen Mann umgebracht. Ah, ja, okay. Und hat das dir Spaß gemacht, oder? Ja. Das ist doch nice. Leute, ich teste jetzt die Rutsche schon mal, Reef. Die ist noch nicht fertig, ne? Ich werde mit dem Kopf auf den Beton aufschlagen. Äh, Badehose in die Arschritze. Aber ganz ehrlich, was juckt mit mich, oder Leute? Ich bin ein Macher. Haben wir noch irgendwo SARS? Ne, WAS. Wir brauchen WAS, nicht SARS. Wir brauchen WAS, auch nicht SARS. Dann runter ins Wasser und wir holen uns das. Nee, meine, äh, mein Schaufel hat 40 und 30, deswegen kriege ich immer direkt Krabbel raus. Ja, same, hatte ich auch. Äh, Flint meine ich. Ah, toll. Und jetzt? Äh, 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 scheiße. Muss ich nochmal zurück. So, das Becken hier oben ist gespeist. Wir warten aber, bis das Wasser hier abgelaufen ist. So Leute, es wird so geil, wenn wir hier einen Zehner nehmen fürs Rutschen. Und jeder, der sein Boot von woanders mitbringen wird, gesteinigt. Ja, finde ich auch gut. Ja, das ist nice. Das ist so geil, so geil, so sick. Das Gute ist, wenn du den Leuten sagst, die sollen die Rutsche ausprobieren, dann machen die es auch. Wenn die einfach Angst hätten, was passiert, wenn sie Nein sagen zu dir. Wuh. Dead Boy jumped. Waller, Leute, wir bauen jetzt hier einen riesigen Wasserpark. Ich schwöre, auch mit Achterbahn, alles. Wir wollten so Flitterwochen machen, jetzt brauche ich zu Wasser rutschen. Ja, das ist aber ein Wasser. Mein Gehirn einfach in eine Nutsche. Wieso geht das da nicht weg? Eeeey! Sag mal, was war das denn für ein Terrorangriff, Alter? Der Selbstmordattentäter ist neben mir gespawnt, hat mich runtergeschlagen und ist in... Alter, der kam von Petrit. Dafür spreng ich sein Haus. Das muss ich sagen, klingt nach Petrit. Alter! Da war so laufen. Alter! Wo kam er denn her, Junge? So, Leute, jetzt wird gerutscht. Jetzt wird reingerutscht in die Olga. Du kannst schon mitrutschen hier, komm. Ab dafür. Jetzt denkt sich auch so, what the f***? Wo bin ich drauf gespawnt? Arm ist so ein Skelett. Und los, Leute. Oh! 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 Booh, Junge! Das sind die anderen Flitterwochen. Eeey! Reefd ist die... Oh, oh! Oh! Rückwärtsgang! Rückwärtsgang! Oh! Rückwärtsgang langsam im Boot. Reefd und Creeper hat unsere Insel gejumpt. Ah, schön. Ich verstehe nicht, wo die alle herkommen. Lass uns doch mal in Ruhe hier andere Flitterwochen genießen. Die haben uns jetzt richtig viel Krabbel geholt. Ich hasse gerade diese Kinderzombies. Die erschießen sich am liebsten. Und da schießest du gerne drauf. Ich bin einfach Spark. Dumme Hexensau, Alter. Stirb. Ey, Jungs, sag mal. Lasst unseren Freizeitpark jetzt hier in Ruhe. So belastend, Mann. Warum machen sie das? Die Rutsche sieht da ziemlich nice aus eigentlich, wenn wir die so weiterbauen. Geil. Hier kommt das ganze, ganze, ganze Ding hier mit dem Wasserpark, Leute. Ja, ich hab da, ey, ich find, tut mir leid, ich find's geil. Mann, Junge, das kann doch nicht sein, hier ist alles aus, Leute. Du hängst hier in meinem Haus. Affe, lass uns in Ruhe. Ah, doch, ich weiß nicht. Ey, weg vom Lagerfeuer. Blue Concrete. Hä? Okay, so macht man das. Ich hab gerade versucht, einen Enderman mit dem Bogen abzuschließen. Moin, ich spiel das erste Mal Minecraft. Hast du schon mal versucht, ADSMR zu machen? Nee, soll ich das mal machen? ADSMR wäre so geil. Ja, soll ich das machen? Oh, Alter. Ist das geil? Alter, schrei mir ins Ohr jetzt. Ist schön. Schrei mir ins Ohr, hab ich gesagt. Oh, ich kann jetzt viel besser einschlafen. Danke. Bitte. Geil. Ich fühle ADSMR so. Also, Leute. Wasserrutsche. Das ist Musik in meinen Ohren. Okay, perfekt. So, ich bin damit an der Stelle raus. Reef, komm noch einmal schnell Fashion gehen. Komm noch einmal schnell hier. Muss ich alles selbst bauen, alles in die Grotte. In die Grotte. Ijo. In die Grotte. Yippie. Ey, wir müssen doch so einen Delfin knechten, dass der hier so immer... Da ist doch einer. Der ist da raus. Schwommen gerade aus dem... Wollen wir den da drin lassen, dass der da drin ist? Ja. Das war brutal. Weißt du nicht mehr, wo die Grotte ist? Hier ist die Grotte. So. Bin fertig. Schön. War nice. Hier. Ja. Ich bin jetzt... Weg. Haha. Zehn von zehn Joke. Oder? Gut. Ich bin damit raus an der Stelle, meine Freunde. Tsch specific? или Wie gut? Wie gut? Wir fahren Sheb ici. ika wir sind. Naantelleiese ihre renovate im Inge. ểulangenzu. Wir fahren. Hausher sch, die brauche.